Und das Schöne ist eben, was sich hier entwickelt hat in 29 Wochen. Wie gesagt, am 5. Mai stand das erste Mal hier und jetzt 29. Mahnwache. Und es hat sich halt eine ganze Menge entwickelt. Das, was Angela vorhin schon sagte, wir haben mal so hier viele Reden gehört, wir hatten verschiedene Musiker auch hier gehabt, wir hatten Rüdiger Lenz als Redner beispielsweise hier. Und es war auch der einzigste von auswärts, alles andere ist hier entstanden durch Menschen, die hier hinkommen und gesagt haben, ich stelle mich hier vorne hin und trage etwas dazu bei. Wir haben eine Menge Arbeitsgruppen ins Leben gerufen, ob Ernährung, Bewusstsein, Presse und PR. Darüber haben wir auch schon einige Zeitungsberichte bekommen, ein Radiointerview oder ein Radiobericht bei Okawelle beispielsweise. Musikgruppe. Ich habe nach 25 Jahren wieder angefangen, Gitarre zu spielen. So lange stand meine Gitarre in der Ecke. Also solche Sachen passieren hier auf der Mahnwache, solche Sachen passieren dadurch, dass man sich einfach wieder ein bisschen mehr mit sich selbst und seiner Umwelt und seinen eigenen Fähigkeiten halt auch auseinandersetzt. Und das ist auch eine ganz, ganz tolle Sache. Und wir haben noch eine neue Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. Dort haben wir also jetzt schon zweimal zusammengesessen. Ich glaube, morgen sitzen wir wieder zusammen. Da geht es eben halt um ein neues, ich sage einfach mal in Anführungsstrichen, Zahlungssystem. Das heißt, ein eigenes Tauschsystem, was wir zurzeit ins Leben rufen werden, wo wir dran arbeiten. Und das Schöne ist, jeder kann sich beteiligen. Jeder kann zu den Arbeitsgruppen dazukommen, kann sich mit einbringen, kann seine Ideen mit einbringen, seine Fähigkeiten. Und das ist eben halt das Tolle an unserer Mahnwache hier und auch an den Möglichkeiten, die wir haben. Und das ist ebenso, jeder kann sich mit einbringen,